Unglaublich. Die aktuellen politischen Ereignisse und die Reaktionen darauf sind das direkte Resultat jahrelanger Fehlentscheidungen und falscher Prioritäten. Ein besonders krasses Beispiel dafür liefert Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, die nur wenige Stunden nach dem schrecklichen Vorfall in Solingen, bei dem ein Syrer drei Menschen tötete, eine politische Botschaft auf Twitter veröffentlichte. Anstatt den Vorfall angemessen zu thematisieren, nutzte sie die Gelegenheit, um erneut gegen die AfD zu wettern und den Klimaschutz in den Vordergrund zu stellen. Dieser Vorfall zeigt deutlich, wie weit die Prioritäten vieler Politiker von den tatsächlichen Sorgen und Ängsten der Bürger entfernt sind. Während Deutschland mit den Konsequenzen einer verfehlten Migrationspolitik zu kämpfen hat, die immer wieder zu tragischen Einzelfällen führt, wie in Solingen, scheint die politische Elite andere Schwerpunkte zu setzen. Katrin Göring-Eckardt postete also unmittelbar nach dem Amoklauf in Solingen eine Nachricht, in der sie erklärte, warum die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht schlecht für Thüringen seien. Sie konzentrierte sich dabei auf die Umweltpolitik und stellte die Behauptung auf, dass die AfD den Klimaschutz beenden wolle und damit den Kommunen schaden würde. Diese Aussage lässt viele sprachlos zurück, denn es ist offensichtlich, dass die Grünen hier die Prioritäten falsch setzen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Grünen und andere Vertreter der Altparteien die wirklichen Probleme ausblenden und stattdessen ihre ideologischen Schwerpunkte verteidigen. Während in Deutschland die innere Sicherheit immer weiter bröckelt, werden immense Summen für Projekte im Ausland ausgegeben und das eigene Land wird vernachlässigt. Ein weiteres Beispiel für diese Diskrepanz ist die Art und Weise, wie politische Skandale und Missstände behandelt werden. Im Juni kam durch eine Anfrage der AfD ans Licht, dass hochrangige Politiker möglicherweise in Schleuseraktivitäten verwickelt sind. Dies zeigt, dass die Politik, die eigentlich für die Sicherheit der Bürger sorgen sollte, möglicherweise selbst Teil des Problems ist. Doch anstatt diese Skandale aufzuklären, werden sie oft unter den Teppich gekehrt und die Verantwortlichen versuchen, das Thema zu wechseln. Letztendlich zeigt sich, dass die aktuellen Probleme in Deutschland keine komplexen, unlösbaren Herausforderungen sind, sondern das Resultat jahrelanger Fehlentscheidungen und einer Politik, die sich weigert, die wirklichen Probleme anzugehen. Es ist höchste Zeit, dass die Politik ihre Prioritäten neu überdenkt und beginnt, die wirklichen Probleme des Landes anzugehen, bevor es zu spät ist. Denn eines ist klar. Weiter so wie bisher kann und wird es nicht gehen.